So, willkommen zurück zu einer heutigen Folge von ESP bei Batman Arkham Knight. 100% dran. Challenge-Karten stehen dann. Äh, Catwoman ist dran. Ein Fest, äh, was machen wir hier? Führe zweimal einen Niederschlag bei Gegnern aus, führe ein Wand ausschalten durch eine instabile Holzsäule auf und heb dir den Minenleger bis zuletzt auf. Instabile Holzsäule? Ah, ja, 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 ich weiß. Der Minenleger, muss ich erstmal gucken, wer von denen der Minenleger ist. Soll man Niederschlag, ne? So easy game. Na gut, dafür verträgt sie aber auch nicht so viele Kugeln. Sollte ich vielleicht mir für die letzten zwei aufheben oder letzten drei? Ich würde mit den Holzsäulen anfangen, das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Ich muss jetzt mal identifizieren, wo die ist. Ah, ich hab hier kein mit Störgerät. Soll da wär ne Holzwand, da wär ne Holzwand. Wer von denen ist denn der Minenleger? Du nicht, du nicht, du bist der Sunny. Aber wenn ich mit dem Sunny anfange, wär's vielleicht besser. Wer von euch ist denn der Minenleger? Du? Ne. Der schaut auch nochmal aus. Wo ich wohl wäre, wenn mich der Arkham Knight nicht gefunden hätte. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich jemanden dazu kriege, dass der bei ner Holzwand sich auch hält. Also jetzt steht der zwar in der Holzwand, aber nicht nah genug. Vielleicht läuft der ja bei der Holzwand trotzdem rum. Ich warte mal, bevor ich den Angriff starte. Mit ein bisschen Glück. Geh nach links! Er ist viel zu weit weg. Ach, was ist das denn für ein Mist, der ist so eine Kackrote. Wir haben hier drüben noch irgendwo ne Holzwand. Glasscheibe. Glasscheibe. Negativ. Und es muss echt durch so ne Holzwand sein. Das ist doch eh so ne zierliche Frau, warum denn? Okay, ich lasse sie noch einmal rumlaufen und dann lasse ich mir was einfallen. Der Holzwand ist ja sehr nah schon dran. Komm her jetzt! Jetzt glaubt er, stimmt, ich glaubt er ist da lang. Wo ich wohl wäre, wenn mich der Arkham Knight nicht gefunden hätte. Das kann ich dir sagen, nicht in einem Krankenhaus, wo du noch hinkommen wirst. Meister. Der Job ist besser als mein letzter. Wer nicht? Nee, nicht in einem Dorf Schau. Geil! Ich seh sogar den Sunny aus sich genug dadurch. Jetzt muss ich nur einschauen wer von euch der Nieder... äh der der Minenliger ist. Du nicht. Du nicht. Und du auch nicht. Lass ihn! Wir müssen uns im Ziel in Bewegung! Kommt auf meine Position! Du nicht. Du nicht. Mach ich mal Niederschlag von dir. Das war nix. Du bist der Niederländer. Du bist der Niederländer. Mann, arm Ort, ich sehe nach. Wir sollten schlafen. Was von der Niederländer ligger? Was von der Niederländer ligger? Ja, das war... Was von der Niederländer liegt? Jetzt wirds Beis. Wer von deinem Enemien liegt? Du wohnst, oder? Wir können nichts wie ihn tun, wir verteilen uns! Da sind noch drei Typen. Ich hab ihn gesehen! Okay, schmeck sie. Ich schaffe es. Da bewegt sich nichts. Was ist mit dir passiert? Nein! Und vermeh' den Boden! Arsch-Torte! Es ist noch einer. Beine, Beine. Wow, wow, wow. Meister. Ich hau mal ab. Wie wäre es mit Bolas? Hier ist was. Der Typ sucht an der komplett falschen Stelle. Du bist nicht der Mienträger. Okay. Du bist der letzte, oder? Dieser ekelhafte Kerl hat einfach ein Wachgeschütz aufgestellt. Ich muss erstmal ausschlafen. Ich will ein Geschütz an dieser Position. Nagelt sie fest. Ich will das Gebiet von mir. Hey, Barton. Komm her. Zurück. Ich mag die Mine scharf. Du machst keine Mine scharf. Simulation abgeschlossen. Geht doch. Hätte zwar etwas schneller sein können, aber besser als gar nichts. Ich glaube, jetzt kein Mensch hello. Ich habe das Gefühl, ich bin jemanden. Ich habe das Gefühl, ich bin jemanden.